moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch alle drei kassetten für das musik ist zeigen und zwar fangen wir mit der ersten kassette und die befindet sich bei den forschungsquartieren das ist hier wenn ihr am spawnen ganz hinten die treppen hoch geht dann ist hier dieser regal und dort habt ihr eure erste kassette kommen wir nun zur kassette nummer zwei die kassette nummer zwei befindet sich auch am spawnen hier im materiallager wenn ihr hier in dieses regal schaut und die dritte und letzte kassette befindet sich hier im fuhrparkbüro neben diesen spindeln so das waren alle drei kassetten für das musik ist der gläute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten und bis zum nächsten mal